Let's play! Manus 1 5, das Kommunikationsrelais liegt gleich voraus. Das ist immer ein langer Name. XCOM 2 heißt das Spiel, nicht Manus 1 5. Wurstsalat. Also, let's play XCOM 2. Quatsch, stellen wir einfach in die Ansage. Wir müssen ein Relais zerstören. Das ist eine Mission für den reinsten Widerstand. Wir haben das erste Mal Ninja-Unte dabei. Die soll ein Super-Ninja werden. Die hat extra deswegen eine Kapuze auf. Ich bin sehr gespannt. Ein Schwert hat sie auch. Wir haben jetzt zwei Schwertfrauen dabei. Dann, der Scharfschütze taugt natürlich nicht viel, wenn er nichts sieht. Aber, der kann da trotzdem hingehen. Der gute alte Fierle-France. Tapferer Fierle-France. Ach shit, der hätte natürlich auch eine weitergehen können. Ach so, die sehen uns hier noch nicht. Sind ja super, Stellzie. Was verwirrt. Da ist ein Stinke-Offizier. Die Offiziere sind tough. Wenn haben wir noch. Wir mussten echt noch nie jemanden heilen, ne? Okay, erst. Also, ja, mussten wir schon, aber... Äh... Doch, mussten wir schon, ne? Das ist nicht richtig tough. Nein, ist das gelb gewesen? Was, gelb? Sollte nicht gelb sein. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, ob und wohin die Honsels gehen. Das ist mir alles zu gefährlich. Die sehen das doch gleich. Da gehen wir lieber alle in den verborgenen Fahrschutz. So, wo latscht ihr hin? Die Richtung, sehr gut. Was ist das denn? Oh! Oh, 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 ein Alien-Ninja. Unangenehmer Typ. Und da sind Zivilisten. Okay, mit denen wollen wir uns wahrscheinlich nicht verscherzen. Okay, wir wollen an Johnny da von hier, ne? Ja, perfekt. Okay, der kann da von hier eine Grenate reinkloppen. Das ist wichtig. Wo gehst du denn hier in Deckung? Boah, wenn die jetzt auch einen Ninjas haben, das finde ich überhaupt nicht so witzig. Du bist Schrotflinten-Ute. Aber näher kriegen wir dich da nicht ran, ne? Oder hier unten? Oder hier kannst du nirgendwo schießen. Ich will dich trotzdem hier unten haben. Das ist affirmativ. Boink! Wow! Krass, da hätten die das ja schon gesehen. So. Wo ist unser Zerstörungsbernd? Bitte machen Sie dies alles kaputt. Ja! Ich glaube, jetzt sieht man uns. Flump! Oh, das eine war nur ein normaler Stinker. Oder war das nicht ein Offizier? Das hat den Kontrolle. Ah, okay. Ui, 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 was ist das denn? Zuerst setzt der Advent nicht tödliche Betäubungseinheiten zur Gruppenkontrolle. Eieiei, ei, ei. Mittlerweile sehen wir allerdings nicht mehr allzu viele davon. Dafür haben wir ja Sniper Franz. 80% auf den Sektenaugenmann, 60% auf den. Ah, den kriegt aber jeder tot. Dann nehmen wir lieber den sicheren... Obwohl, wir gucken erst mal... Gucken erst mal, was die anderen hier regeln können. Ah, wir können die beide schnetzeln. Du kannst nicht mehr schnetzeln, okay? Ja, aber dann kann auch Ninja Ute mal zeigen, was sie kann, oder? Nee, schon den Hintergrund. Ninja Zeit! YOLO! YOLO-Menser Ninja Ute! Die Ninja sind echt verdammt stark. Ja, ja. Oh, Scheid! Nein, 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 nein! Ah, das war vielleicht ein bisschen zu voreilig. Die arme Ninja Ute. Oh, da ist jetzt auch so ein Hackepeter. 65%, das musst du jetzt schaffen, bitte. Oh! Nicht auf die armen Zivilisten schießen, Wurstnase. Shot failed to connect. Shot failed. Du regelst das jetzt, bitte. Dankeschön. Au, au, au. Oh, in den Briefkasten. Bestätigster Abschuss. Okay, ah, er hat sich seine Beförderung verdient. Das finde ich gut. Du kannst jetzt mal bitte... Nee. Die junge Frau hier vorne mit deiner Drohne schützen. Weil die wird ja gleich wahrscheinlich aufs Gesicht kriegen, oder? Jetzt kommt der Stinker. Wer kommt da noch? Hä? Was tut denn nur, was tut denn nur? Ach, nee. Ausgerechnet Messerbeeren muss er wieder aufstellen. Ah, nee, ist nicht Messerbeeren. Das ist aber natürlich der... Der alte Kopitän. Ah, Ninja-Man! Huh! Huh! Ninja-Man hat mich getroffen. Und jetzt stehen die beiden Bobs in... Ja, okay. Jetzt müssen wir erst gucken, wie das Auto wiederkommt. Ich bin sehr dafür, dass du dich hier in Sicherheit bringst. Das ist leider nicht... Haben wir noch irgendwo eine sichere Sicherheit? Push erst mal hier hin. Okay. Es ist der Botox-Nazi. Die stehen doch perfekt. Sprengen wir jetzt einfach diesen ganzen Laden weg hier. Wir brauchen mehr Schüsse im Raketenwerfer, im Granatenwerfer. Oder wir nehmen einfach zwei davon mit. Flatschi! So, hat Ninja-Ute auch eine Granate? Ja, perfekt. So regelt man das. Das stimmt. So, wen haben wir noch? Kannst du... Ah, du kannst den leider nicht mehr messern. Okay, dann gehen wir hier in Deckung. Guck mal, was du da regeln kannst. Komm schon! So close. Short wide! Okay. Du kannst von hier nur overwatchen. Da musst du ein bisschen vorrücken. Ah, hier ist doch mal eine ganze Deckung. Aber mit schlechteren Winkeln... Sind die Winkele eigentlich überhaupt interessant? Ich glaube, es geht nur um die Sichtlinie und dann wird die Deckung gezählt, ne? Die Winkele kriegst du nicht weit genug. Egal, probier's einfach. Achso, die macht ja immer Schaden. Ja, das lohnt sich, ne? Okay, El Blanco. Du Blanks geschossen. 54 Prozent, da muss was kommen. Fellefranz, da muss was kommen. Du bist unser bester Mann. Oh, ich dachte, er hätte ihn erwischt. Aber er hätte ihn nur erschreckt. Das ist nicht gut. Was sind denn Dinge? Wer macht's denn jetzt schon wieder für den Schneckstand? Der ist orientiert, okay. Dann können wir das von mir leben. Wir haben doch jetzt auch unseren Anti-Desor... Ach, ne. Sie muss das... Sie ist die Anti-Desor... Acht bis Zehn. Tja, gut, dass wir's gelevelt haben. Ciao. Ciao, Buddy. Ciao. Bella, ciao. Patsch! Ha, ha, ha. Durch die Wand gehackt. NP. Ha, ha. In Irland ist doch nur ein bisschen... Robuster unterwegs. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir haben nur noch fünf. Okay, das Ding ist da drin. Da haben wir... Haben wir da noch... Ne, das ist das... Ich dachte, wir hätten einen Feind. Ich dachte schon. Okay, dann müssen wir uns mal ein bisschen sputen. Indem wir spurten. Autos mag ich nicht so gerne. Ich hab in Erinnerung, dass die explodieren. Teardrop? Hello, Teardrop. Bist immer noch verwirrt, ne? Oh, wir müssen mal die... Kondition im Auge behalten, ne? Nicht, dass wir gleich im Gefecht stehen. Das ist noch ein Schuss. Ist du uns da oben wohl nützlich? Ich glaube nämlich nicht. Aber das ist zu weit für... Epp! Boink! Und ich glaube, der hat den Bonus auch noch gar nicht. Ich meine, das musst du beim ersten Teil erst lernen. Was? Achso, die ist einfach nur dran. Guck mal, was hier Phase ist, bitte. Moving! Okay, da ist erstmal nichts. Das ist schon mal gut. Wir können zur Westpedal. Die können nicht so weit laufen, ne, die Heavys. Wahrscheinlich, weil die so viel Krempel schleppen. Rollen! Ah, Ninja Ute hat auf jeden Fall, äh... Hat sich schon bezahlt gemacht. Da haben wir über den kompletten Platz gerannt. Völlig furchtlos. Habt die richtig abgeutet. Vier Runden haben wir noch. Ach, das ist das Ding, was die... Das müssen... Müssen wir das zerstören? War das so? Ja, ne? Neutralisieren oder zerstören das Relais, bevor die Übertragung noch beschlossen ist. Genau. Okay. Da müssen wir da also nicht drauf aufpassen. Vier Runden... Ist ja nicht das Schlechteste. Ihr seid alle schon... Achso, du kannst dich noch einmal bewegen. Dann geh doch mal hier schon mal hin. I'm on the move! On the move! Es scheint ja noch Feinde zu geben, ne? So, Baller kann da nämlich jetzt hier hinter den Eingriff sein. Du kannst aber mal aufpassen, das ist nicht so schlecht. Bist du noch verwirrt? Trinkst du uns hier oben irgendwas? Ich glaube nicht. Ich gehe euch! Oh, nicht, dass das hier gleich so ein Schlonzi wird. Bist du schon, weg mit euch! So, Vierle Franz, wo hättest du eine gute Position? Hier irgendwo hoch? Naja, das bringt alles nichts. Dann rennst du hier hin. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen! Okay! Dann sage ich es noch einmal. Manus 1.5, die Alien-Übertragung ist immer noch aktiv und die Zeit wird knapp. Schalten Sie schleunigst das Relais aus. Ja, ja, ja. Könntest du jetzt auch von hier auf das Relais schießen? Okay. Gibt keine, keine Wahrscheinlichkeit. Okay, 5 Damage hat es gekriegt. Weapons burning ammo fast. Da kannst du dann wahrscheinlich nicht durchschießen, ne? Dann gehen wir hier in Deck. Ruhig bleiben. Das ist bei diesem Spiel immer ganz wichtig. So, ah, du bist noch fit. Dann gibst du jetzt mal Feuer schießen. Es gibt ja definitiv noch Feinde. So, du Ninjas hier rum. Overwatch! Oh, du könntest sogar hier ganz ausdachten. Hilft uns das in irgendeiner Weise? Ach komm, lauf einfach mal hier quer durch. Du bist zwar so lullt. Voll cool. So, viele Fragen. Geht auch mal in Overwatch. Vielleicht kommt ja mit Idioten langgelaufen. Scheinbar. Ich seh keinen, aber... Okay, okay. Ja, hat jemand was gesehen? Nice. Da ist der Stinker-Alien erstmal voll reingerannt. Ja, lauf, lauf, lauf dem Scharfschützens-Visier. Der ist doch in Overwatch. Warum? Warum? Kann er den nicht sehen? Scheiße, der hat keine Sichtlinie wegen des Dings hier wahrscheinlich. Wer hat denn noch? Hä? Moment, wir haben doch fünf Schaden gemacht. An wem haben wir dann fünf Schaden gemacht? Aufregend. Okay, wenn er hier hingeht, dann kann er ihm... So müsste er ihm dann ja zumindest mit der Pistole geben können. Und dann kann er gleich noch abgrenaden, oder? Na, wir gucken erstmal... Ne, er kann ihm mit der Pistole geben. Und dann können wir gucken, ob Ninja-Ute das Problem dann endgültig beseitigt. Ne, nur 28%-Moment. Dann gucken wir erstmal, ob er die Deckung weggeknallt kriegen. Er hat leider keine Grenate. Aber er könnte ihn suppressen. Das ist auch keine Grenate mehr. Du musst bald nachladen. Die können ihn natürlich auch zur Not einfach beide messern, ne? Und beide Messerreichleite. Und nicht noch wer? Ach du, hier oben. Hast du noch eine Grenate? Entschuldigung. Wo hast du noch eine Grenate? Was geht? Ne, von hier reicht wahrscheinlich nicht. Schwupps. Die Grenaten sind ja so mächtig, ne? Und so cool. So, jetzt hat er nämlich keine Deckung mehr. Und jetzt dürfte Revolver-Franz deutlich leichteres Spiel haben. So. Komm schon! Och, ich bitte dich. Dein Ernst? Aber das ist egal. Der hat nur noch ein Leben. Und wir haben Ute doch diesen Spezialverstärker... Ach, die hat Grenate geworfen. 74 Prozent, das muss reichen. Komm schon! Sechs Schaden. Er hatte noch ein Leben. Okay. Hey, es scheint noch irgendwo ein Feind zu sein. Aber erst mal... Machen wir jetzt das Relais kaputt. Jetzt kam grüner Schleim aus dem Relais. Oh! Okay! Okay. Nice! Das wurde nicht angezeigt scheinbar, dass das der letzte Feind war. Das haben wir wirklich, wirklich gut gemacht. Das hat, äh... Das lief. Das lief gut. Dankeschön. Der Baller, hä? Ja, cool. Oh, guck mal Ninja, gute Nacht sogar! Und selbst sie, obwohl sie Pechvogel ist. Ah ja, ist okay. Sorry, sorry. Ich hab nichts gesagt. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Ach ja. Echt ein Leben, es gab mein Getränk. Ja, jetzt rollt sie sich wieder. Yay! So, wir drücken zum Fortfahren eine bliebige Taste. Denn, wie immer, dürft ihr natürlich noch sehen, was wir uns verdient haben. Weil ich meine, dass Sniper Franz Level abgerichtet hat. Oder? Da landet unser Heuschreckenvogel. Ich habe den Truppen nur das Beste versprochen und das haben sie gezeigt. Na, sicher. Mir immer nur das Beste. Oh, ich hatte gar keinen Boogie dabei. Drei, vier, vier, fünf, nein, das war kein. Boah, das ist auf jeden Fall eine Maschine. Ich muss zu weit mal Level abzuholen. Unter Beschuss zurückschießen. Ach, der ist, ah! Deswegen konnte der eben nicht auf den schießen. Nein, nein, ich will den Distanzschuss auf jeden Fall mit dem Arsch haben. Ich will keinen Pistolero haben. Coolio, Coolio! Kurz gucken, haben wir noch was gefunden. Offiziersleiche. Betäubungslanzenträger. Ew, er grinst. Zektoid und normaler Antwanzerwart. Cool, cool, cool. Ah, jetzt können wir den Betäubungsträger analysieren. Sie leisten überragende Arbeit als Anführer des Widerstands, Commander. Ich weiß, ich weiß. Oh, cool. Dr. Shen Wan! Dankeschön. Cool, liebe Leute, wie immer, vielen Dank fürs Zuguckieren und, äh, bis gleich. Ne? Dä. Dä! Dä! Vielen Dank.